ich habe heute mal etwas bestellt bei der pink box für 35 euro ohne versandkosten habe ich bestellt das waren drei boxen für 35 euro sie sehen so aus hier jede box hier genau und wir würden mal die boxe zusammen öffnen jetzt haben wir so ein kleines heftchen also ein platz augen auf leiden hatten dieses mal nicht alle produkte in der box platz deswegen versteckt sich ein weiteres produkt im versand versandkarton so sieht die box aus richtig schön die pink box hier sind noch ein paar hefte die zeige ich euch gleich ich zeige euch erstmals die wirkung ganz schnell hier ist ein 15 prozent gutschein bei mir ein prozent gutschein kann man ja mal gucken hier ist jetzt zweimal so ein zehn prozent rabatt für den adventskalender habe ich zweimal dann habe ich noch ein zehn euro gutschein von hier auch von einer box adventskalender schuldigung dann haben wir hier so ein heftchen von shopping das sind solche gutschein drin fünf prozent gutschein zehn prozent ja ruhig nachher mal rein hier ist jetzt so ein kleines heftchen trennen genau und dieses heft hat 2,80 euro gekostet genau da gucken wir später rein so das erste was draußen mit lag war das hier ein rasierer knopf am griff drücken um die klingen zu lösen so das ist ein dreiklinger technologie von balea feirital feirital gleich 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 streifen mit aloe vera und vitamin e mit drei klingen okay wir gucken jetzt zusammen in die schöne box hinein ich bin gespannt hier steht du bist schön das ist immer schön so die box kommt so an ich habe die noch nie bestellt diese pink box genau hier kommt mit so ein schleifchen wir machen das zusammen auch für schleifen richtig süß ich mache jetzt noch mal den kleber noch hier ab so sieht jetzt erstmal der aus das plätschen herunter kommt gekristelt hier nämlich jetzt mal kurz herunter schnell und dann zeige ich euch einen einblick von innen richtig so sieht jetzt auch schön gefüllt hier ist ein heftchen wie viel ach so hier kosten wie viel die produkte gekostet haben steht jetzt hier drin und was für produkte also das hier das hier die rasierklingen die haben 2 euro 95 bezahlt habe ich dafür 2,95 steht jetzt hier genau so dann kommen wir zu einem nächsten produkt das ist ein ich zeige es euch mal so hier so ein ganz kleiner stift von dm 26 m steht jetzt hier drauf oder 0 2 0 super smart schlägt mod schlägt lipstick 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 0 die farbe 0 2 0 besonders hoch glänzenden zwei in ein klick clipstick klamm kloss lip stift mit verwertvollen ach so einfach überhaupt verstärklichkeit der mal logisch bestätigt die hier kostet 3 euro 45 kostete hier wir wollen immer öffnen auch eine schöne farbe aber klingt den muss man noch irgendwie hochklicken der kommt ganz leicht hoch dann wir wollen immer trotschen eine schöne farbe guckt mal eine richtig schöne farbe und dann kommen wir zu etwas schönes das ist eine rival eine die sieht so aus warte ich zeig euch erstmal die hier so eine palette so das ist eine xxl also zweimal xl hisado palette 0 5 klamm ein klammeröser auftritt ist dir mit der rdl real ist die palette 0 5 klamm garantiert mit den zwölf auftragenden farben matt und schimmern kreis du unzählige looks von natürlich bis dramatisch die kostet 2 euro 99 also die palette wir gucken mal rein ach so die ist noch zugeklebt oh das schmiert diese schwarzen dinger die habe ich jetzt aufgemacht meine hände glitzern na komm geh auf so die sache muss man vorher danach doch mal sauber machen die sind voll voller diese so sehen die aus richtig schön hier unten ist auch so ein pinsel der ist ein kleines bisschen schmutzig aber naja ist jetzt nicht so das schlimme jetzt aber richtig schöne farben genau so dann kommen wir zu dem nächsten produkt zum vierten produkt das ist ein altera naturkosmetik antistress primer lavendel der sieht so aus der ist von rossmann hier sind 28 milliliter drinnen jetzt mal ganz kurz hier steht der kostet 3 euro 99 steht hier drauf genau der ist vegan mit anti blauer glitz fett gut wir gucken mal der sieht sehr hell aus sehr ich zeige euch mal so wir wollen immer verschmieren riecht aber gut hier steht auch der anti stress primer mit anti blue liegt effekt schützt deine haut vor schäden durch natürliches und künstliches licht wie zum beispiel smartphones oder computer und bereitet perfekt auf dem auftrag des make up form feine linien und poren werden optisch kaschiert kaschiert das make up und puder lassen sich nach anwendung gleichmäßig auftragen okay also das zieht auch sehr schnell ein ich habe jetzt noch ein bisschen mehr drauf gemacht aber zieht schnell ein klebt nö kleben tut auch gar nichts also top produkt also werde ich auf jeden fall mal aus probieren ups ich sehe meine hände so dann haben wir ja noch ein produkt von shoppia tail kenne ich nicht die mages hier sind 75 ml drinne kosten tut die flasche 6,99 Euro ich lese euch mal vor was jetzt hier an den heftchen steht schil 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 jasmin bodyspray achso ist ein bodyspray ok das schil jasmin bodyspray bei shoppia tiel betont die verschiedenen fakten seiner trägerin nach einem dynamischen start gipfelt gipfelt der duft in einem exotischen blumen blumenmeer aus jasmin weiche aromen von holz und morschur runden in besonders im bodyspray dein sinnliches kommt komposition ab so wir wollen mal riechen mal gucken also es kommt mit so einem sprayer wartet mal so wie doch ok also kommt es nicht so einzeln und richtig raus ok so wenn man das verreibt riecht riecht richtig gut das ist schon eingezogen es riecht richtig gut also kann man nicht meckern richtig toll die produkte hier haben wir noch eins von l'oreal paris neu 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 ist das stil ist da das produkt ja das sieht ein bisschen schmutzig aus durch die kribbelpapier durch das schwarze aber wenn man das weg macht ist das eigentlich wieder wie neu so hier steht big haarspray ok ist ein haarspray das silista big hier der haarspray mit frischem vanilleduft verleiht dem haar einen flexiblen natürlichen halb und ein mattes finish ohne zu kleben mit hilfe des intensiven texturixiers kreiert es ein natürliches volumen für alle haartypen geeignet ok meine hände schüllen schon aus aber egal also ich schüttel immer alles vorher ok also man merkt fast gar nichts auf den haaren also ein duft ganz leicht aber ja jetzt kommt langsam der duft aber kleben hier seht ihr gar nichts ja ich mache mir immer hier ein bisschen was drauf weil das dann immer die haare so hoch kommen die kleinen mini haare deswegen mache ich das meistens immer hier so aber top produkt ey und wie viel kostet das 7,95 Euro das kleine produkt ok hier sind 150ml drin also top ok so jetzt kommen wir zu den allerletzten produkt das sieht so hier aus ich mach mal ein bisschen die tube ordentlich polar und polar so sieht das aus hier sind wie viele drin wenn man hier was auf deutsch stehen sollte dann ist man mal gut das ist ein Tegün das ist eine cräme oder lab lab Cub Lebens dieabs gesichts creme Oh, eine Gesichtscreme auch noch. Greift die Schönheit, gemeint Geheimnisse der Lapland-Frauen auf die angenehme und reichhaltige Textur, ist angereichert mit Himbeere, Brombeere und aktisches Cranberry-Extrem. Die Creme nährt, repariert und schützt trockene und empfindliche Haut. 25ml sind drin und halt euch fest, 15€ die kleine. Ich wollte mal gucken, ob die offen ist oder ob die zu ist. Ah ne, leider zu. Dann lasse ich die auch zu. Ich habe jetzt gerade noch eine Gesichtscreme offen, sonst hätte ich es euch gezeigt. Tut mir leid. So, das waren jetzt alle Produkte. Ich zeige euch die nochmal, wenn ihr gerne sehen wollt. Das sind die hier. Die zwei erst. Dann kommt die hier. Dann kommt die hier, die letzte. Und hier ist noch ein Adventskalender. Das war also eine, die allererste Box, die wir jetzt rausgeholt hatten. Und die war eigentlich richtig gut gewesen. Oder was sagt ihr zur ersten Box? Also ich fand die richtig toll eigentlich. Ohne zu meckern. Also ich fand die Produkte richtig, richtig, richtig toll. So. Und hier geblieben. So, jetzt kommt Nummer, Päckchen Nummer 2. Oh, da kommt was richtig Schönes. Oh, süß. Guck mal. Ah, ein Planetenbox. Die sieht ja toll aus. Hier ist auch wieder ein Produkt daneben. Neben der Box hier so die, die aus. Dann hier ist das andere Produkt noch drin. Genau. So, jetzt haben wir hier einen Gutschein. Bis zu 20 Prozent auf die Adventskalenders. Hier ist noch so ein Heftchen. Mit Gutschein. Und wieder noch so ein großes Heftchen. Das Heftchen kostet, wie viel? Sieben Euro kostet dieses Heftchen. Okay. Bestimmt nicht schlecht. Hier steht auch wieder, du bist schön drauf. Okay, daneben war kein Produkt drin gewesen diesmal. So, es kommt wieder auch mit den schönen Schleifchen. Machen wir wieder zusammen auf. Hier ist auch so ein kleines Ufo drauf. Richtig toll gemacht, finde ich. Ich mache nur dieses Ding jetzt noch gerade mal schnell auf. Und dann zeige ich euch, was wieder drin ist. So sieht die Box aus. Das ist das Heftchen. Hier liegt noch ein bisschen Krisselpapier. So sieht die aus. So. Dann machen wir die erste, ah ne, entschuldige, die zweite Box aus. So. Das erste Produkt ist ein Lock Spray Matt Liquid. Ein Liquid ist das? Ein Matt Liquid. Der sieht richtig edel aus. Guck mal. Guck mal, richtig schön. Ach, die muss man drehen. Aha, das. Das ist die Farbe 04. 0 Petro. Okay. Wir gucken gleich mal, was das genau ist. Hier steht Metall. Liquid Liner. Ach so. Liquid Einliner. So. Das. Und das ist jetzt die Farbe. So ein schönes Hellblau mit Glitzer ist hier auf jeden Fall drin. Genau. Und wir haben den mit wie viel Gramm? Sechs. Okay, das steht gar nicht jetzt hier mit den Heftchen. Man konnte jetzt auch andere Farben noch kriegen. Man kann ja den blauen. Den kriegen. Den hier. Oder das hier. Kann man bekommen. Ja, und ich hatte halt den hier. Genau. Liquid Liner. Waterproof. Oder Strobing Ball. Ach so. Okay. Hier steht der metallische, glanzende, farbintensiv. Gut deckend, flüssig, dick. Dip Liner sorgt für einen perfekten, gleichmäßigen und ausdrucksstarken Lidstrich. Also ein Lidstrich hier oben. Die Lidstrich R lässt sich dank Spezialapplikator leicht und präzis auftragen. Und ist schnell, trocknend, langanhaft und wasserfest. Okay. Also der hier kostet 3 Gramm kosten. Hier 3,45 Euro. Also müsste dann der hier dann ein bisschen mehr sein. Hier sind ja 6 Gramm drin. Also müsste der ein kleines bisschen mehr kosten dann. Genau. So. Dann kommen wir zu einer Creme. Das ist das hier. Auch was ganz Schönes. Von Golden Ging. Eine. 15 Milliliter sind schon mal hier drin. Eine Creme. Tagescreme. Eine Tagescreme ist das hier. Wir gucken mal. Nee, die riecht nach gar nichts. Ganz normal. Und hier sind jetzt 15 Milliliter Kosten. 15,75 Euro. Also ein guter Preis, was hier steht. Die sanftige Tagespflege besitzt einen speziellen Wirkstoffkomplex aus Kaviar und Gold. Sie ist dadurch eine ideale Schutz- und Wirkstoffcreme, die dem vorzeigenden Verdunsten der hauteigenen Feuchtigkeit entgegenwirkt. Gleichzeitig effektiv regeneriert und so für eine straffende Hautstruktur sorgt. Okay. Also wird ausprobiert. Dann kommen wir zu einem Produkt von Pink Pommel Rosé Duschgel. Das ist ein Duschgel. Hier sind 375 Milliliter drin. Pink Pommel Rosé Duschgel. Pink Pommel Rosé ist der perfekte Bekleider für ein herzerfrischendes Mädelsabend mit einem Liebsten und mit viel Klatsch und Tratsch. Das feuchtig feinschaumende Duschgel mit spritzig, frischem Kremfruchtduft enthält einen extra aus grünen Tee und ist obertrein vegan. Hier sind 375 Milliliter, kostet 2,95 Euro. Okay, wir riechen mal, ob wir was schnuppern. Boah. Es riecht Bombe. Kann ich mich gleich duschen damit, wenn ich ehrlich sein darf. So, dann haben wir hier ein Produkt von Dr. Krandl. Dr. Krandl. Team Melles. Selping Creme Maske. Okay. Klettet, regeneriert, strafft. 10 Milliliter sind hier drin. So sieht die aus. Und die kostet... 10 Milliliter kosten 13,40 Euro. Okay, ein ganz starkes Stück. So sieht die aus. Wir holen die mal raus. So, so sieht die aus. So klein. Okay. Also, die Marken muss ich erstmal kennenlernen. Ich habe die noch nie gehabt, weil ich mir ja noch nie eine Box bestellt habe. Außer jetzt die Apotheken-Box, Beauty-Box von der Apotheke, die habe ich ja bestellt. Die war auch richtig gut gewesen. Die könnt ihr, glaube ich, euch nochmal bestellen. Wenn ihr die Apotheken-Beauty-Box bestellen wollt, habe ich auch ein Video gemacht. Wenn ihr auf den Link geht, auf mein Video geht, auf den Link unten in der Infobox. Da steht der Link. Da könnt ihr draufklicken. Da könnt ihr die auch noch kaufen, wenn ihr möchtet. Genau, eine Tagescreme, 3-in-1-Gesicht-Creme, Nachtmaske. Achso, eine Nachtmaske. Lege dich mit der 2-in-1-Gesicht-Creme und Nachtmaske. Okay, eine Creme und eine Maske. Hatte ich auch noch nie gehabt. Entspann, schlafe und überlasse echten Schönheitsprofis. Die Regeneration der Haut während der Nacht. Sobald du im Land der Träume angekommen bist, gehen die Wirkstoffe des Produktes leicht ans Werk. Und begeister dich am nächsten Morgen mit einem klettern, straffenden Hautbild. Jetzt habe ich hier noch eine Zahnbürste drin. Die sieht so aus in rot. Die ist rot. Ja, rot. Oder rosa. Das sieht mir aus wie rosa. Achso, die ist rosa. Also nicht in Holz, in Plastik ist die. Das ist eine Dornpensch. Okay, ich kann kein Englisch. So, dann gucken wir mal, was hier drauf steht. Schnell mal. Zahnbürste. Von hinter dem Berliner Statuts Bio Brust steht ein ganzheitliches Konzept. Für Ressort Creme Schondent. Dentalprodukt, so wurde nicht nur bei den Bestanteilen der Zahnbürste selbst auf Bio geachtet, sondern auch bei der Kompostbeerbaren Umverpackung herausgekommen. Zahnbürste ist eine fabelhafte Zahnbürste, die alle zahnmedizinischen Anspruch erfüllt und für ein gutes Gewissen sorgt. Die kostet jetzt 2,99 Euro die Zahnbürste. Die sieht so aus. Nicht schlecht. So, dann kommen wir eigentlich zum letzten Produkt. Das ist ein, was zu trinken. Ein Energy Drink. 48 Black Soa Query. Das ist das hier. Das ist ein. 8 Black Soa Query. Liefert. Nicht nur viel Energie für ausgefühlte Tage und lange Nächte. Der Energy Drink ist auch sauer, prickelnd und schmeckt sowohl pur als auch gemixt. Wie alle 28 Black Sorten ist auch ohne Turin, sowie für vegan und laktosefrei. Wie wir sind hier drin. 250 Milliliter kosten 1,49 Euro. So, ich zeige euch jetzt nochmal alle Produkte. Also, ich hatte jetzt diesen blauen Stift. Dann hatten wir die hier. Und dann hatten wir das hier drin gehabt. Deine Meinung liegt uns am Herzen. Ah, okay. Da kann ich meine Meinung abgeben. Okay. Das ist richtig toll. Ich lege die Produkte jetzt erstmal schnell alle wieder rein. Weil wir ja noch eine einzige Box ja noch drin haben. So. Ein bisschen Platz machen. So, jetzt kommt die dritte Box. Mal gucken, ob sie auch so schön ist. Die sieht jetzt so aus. Auch ein bisschen anders, das Bild. Hier ist dann auch wieder Werbung dabei. Hier ist einmal das hier. Hier der Gutschein. Und so ein kleines Plättchen. Und die große Zeitung. Und die hat wie viel gekostet? 4,99 Euro. Hier sind auch viele Informationen drin. Und zum Kochen. So, dann gucken wir mal zusammen in die Box hinein. Ich nehme mal den Deckel hier oben ab. Die sieht wieder so schön aus. Du bist schön. Steht auch wieder jetzt hier drauf. Wir machen jetzt die Schleife auf. Das Pferdchen machen wir hier auch mal aus. Um hier rein zu gucken, was schön drin ist. Puh, das sieht schon mal supi aus. Wir nehmen mal das erste Blatt hier runter. Hier ist noch etwas. Da ist eine Postkarte. Und so sieht die jetzt aus. So. Die Postkarte. Okay, hier ist eine Überraschung für mich drin. Da muss ich gut aufheben. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier schönes drin haben. Hier haben wir einmal eine Heiro Apul. Apul sind hier drin. 15 Stück sind jetzt hier drin. Hier sind 15 mal 1,5 Milliliter. Und insgesamt kostet die 28,99 Euro. Genau. Steht hier auch mal was auf Deutsch drauf? Hier. Pflegende Kapseln für starke, beanspruchte, geschädigte Haar. Anwendung. Drehe die den Verschluss der Kappe oder ab. Und gebe sie das reichhaltige Serum auf die Handfläche, bevor sie es vor der Mitte bis in die Spitzen ins Handtuch trockenen Haar einarbeitet. Ah, okay. Einfach an der Luft trocknen lassen oder föhnen. Die intensive Creme Power Schutz sind ideal für die intensive Lefin Haarpflege. Wir sorgen sie für fantastische Haus aussehenden Haare. Vorsicht! Nicht einnehmen für Kinder. Okay. Okay, das sind Kapseln für die Haare. Das macht man ins fast trockene Haar rein. Okay, die kleben jetzt hier so drinnen. So sehen die aus. Genau. Schneidet man ein bisschen oben ab und dann macht man das schön ins Haar rein. Ist eine gute Idee. Kann ich ja mal ausprobieren. Hatte ich auch noch nie gehabt, solche kleinen Dinge. Die hatte ich jetzt auch solche nur fürs Gesicht. Für die hier unten oder für das komplette Gesicht. Und die hat jetzt 28,99 Euro gekostet, die erste. So, dann kommen wir zu einem Produkt. Hier ist das. Das ist ein Plus Markings Move. Das sieht so aus. Hier steht Marking Pause. Pluser. Pluser. Ich mach den mal auf. Wenn man den auch aufkriegen würde, mal. Jetzt. So. Wir machen den mal auf. Ah, okay. Der sieht so aus. So. Der sieht ein bisschen mit Glitzer hat der. Oh, ganz leicht. Guckt mal. Guck mal. Habe ich hier noch einen Stahl? Ja, hier. Guckt mal. Der hier. Richtig schön. Was ist das jetzt für eine? Zur Verpackung steht auf jeden Fall nichts Deutsches drauf. Das ist manchmal ein bisschen blöd, dass man ein bisschen was Deutsches mal drauf schreiben könnte. Ein wenig. Hier steht diese Blut von Pausy Cero. Lässt deine Wangen. Ah, für die Wangen. Hier für die Wangen. Ist nichts mehr. Genau. Für die Wangen erstrahlen und zaubert dir frisch ins Gesicht. Die samtige, weiche Formulierung ist zartpigmentiert und lässt sich nach Wunsch intensiv aufbauen. Der Blue lässt sich mühelos ausblenden und ermöglicht dadurch einen natürlichen und sanften Look. Okay, und der kostet 24,96 Euro. Ist auch eine gute Summe. So, dann haben wir hier, glaube ich, ein Parfüm. Von Miro. Das sieht so aus. Rock on. Parfüm. Ja, Naturspray. Wir wollen das mal öffnen. Und kosten Tony 50 Milliliter 9,95 Euro. Ich mache die neue Stärmer auf. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen kliere. Uh, eine schöne Verpackung aber. So, jetzt habe ich es offen. Uh, ein schöner Vorkomm. Der sieht so aus. Wir wollen den mal riechen. Riechen. Uh. Uh, riecht der richtig gut. Uh. Nicht zu nah. Uh, aber richtig, richtig gut. Also, werde ich auf jeden Fall benutzen. Ein hammergeiles Parfüm. So. Man hat ja auch noch ein gelbes haben können. Das hier. Ich bin froh, dass ich das blaue gerade habe. Uh. Was habe ich jetzt für ein Rock on? Hier steht Rock on, der fruchtige Grillpowerduft. Frisch und speziell verleiht er alle Frauen ein Gefühl von Kraft und Stärke. Das stimmt. Die Kopfnote startet mit einem, einem Cocktail aus Orange, Apfel und exotischen Fruchten. Also, ich finde den richtig gut. Also, den würde ich mir nachkaufen, wenn der leer ist. Also, der ist richtig supi. Und, äh, gekürnt durch Ananas und Pfirsich sowie durch einen Flockon Tourmalie in der Herznote wirkt. Der EDP energetisch und einzigartige warme Muschus und Himbeere verleihen dem Duft in der Basis eine angenehme Wärme. Also, richtig. Ich rieche dir ein bisschen her. Oh, richtig himmlisch. So, dann haben wir hier noch etwas von Alverde von DM. Rosé Intensive Highlighter. Achso, Highlighter. Neu Mililiter sind hier drin. Ein Highlighter in rosa. Wir machen den auch auf. Ich zeige euch den auch. Oh, der ist ja intensiv rosa. Boah. Richtig gut. Guck den mal an. Also, richtig rosa. Eine Kamera sieht ja so weiß nicht aus. Aber der ist wirklich rosa. Ich kann euch mal den Kator zeigen. Der sieht richtig rosa aus. Hier steht. Rosé Tint Highlighter. Der Rosé Tint Highlighter von Alverde Naturkosmetik begeistert mir. Seinem Schimmereffekt die Feuchtigkeitsspendenrezeptur mit Bio-Ananas-Extrakt verleiht der Haut einen leicht schimmernden, frischen und gleichmäßigen Teint. Teint Rezeptur ohne Mikroplastik und Wasserölischen Reich. Okay. Der ist richtig schön. Also Hammer. So, dann kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Das ist auch von Alverde. Ein matt Lipstick. Ein matt Lipstick. 16 Pore Patch. Der sieht so aus. Wir machen den erstmal auf und dann zeige ich euch so eine richtig schöne Farbe. Oh. Okay. Der sieht hier aus. Also auch eine schöne Farbe. Auch intensiv. So. Ich hätte hier noch einen dunkleren haben können oder den helleren. Ich habe jetzt den helleren bekommen. Also der ist für mich besser. Ich mag keine richtig dunklen Lippenstifte. Ja. Matt Lipstick. Pretty mauve. Oder Pore Fletch. Was habe ich jetzt hier? Die cremige Formulierung des Alverde Naturkosmetik Matt Lipstick lässt sich leicht auftragen und schenkt den Lippen ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sie enthält eine Kombination aus hochwertigen Waschsen und Ölen durch den praktischen Tremechani. Auch mein Tremexium ist die Mini Cosmic Comfort Barbel Rückdrehbar. Und der kostet 2,95 Euro und der hier kostet auch 2,95 Euro. So. Ups. Hier geblieben. So. Dann kommen wir zu dem letzten Produkt. Das ist etwas von Belou. Ein pflegender Cremeschaum. Der sieht so aus. Cremeschaum Apple. Genau. Einen knappigen, günstigen Apfel. So cool. Die cremige Schaum Lotion sorgt für eine reichliche Feuchtigkeit und ein sanftes, weiches Hautgefühl. Okay. Der riecht dann bestimmt nach Apfel. Hier. Der riecht auf jeden Fall nach Apfel. So. Die letzte, dritte, letzte, die dritte, letzte Box ist jetzt auch fertig. Also das Parfüm. Ich rieche da immer noch, immer richtig gut gerade noch. Es ist gerade ein richtig, sehr schönes Produkt. Also das werde ich auf jeden Fall benutzen und nachkaufen. Das werde ich jetzt nicht nur so sagen. Das werde ich auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn es alle ist. Das ist ein richtig schönes Produkt. So. Ich zeige euch jetzt nochmal die Produkte. Das ist einmal die hier. Einmal das hier. Und ich habe ja das blaue. Ich mag ja mehr diese süßen, bärigen Duften. Einfach richtig gerne. So. Dann haben wir das hier, den rosanen. Hier. Ich habe den hier. Den helleren Stift. Und dann zu guter Letzt von Belou. Ich liebe die Belou. Ich habe so viele hier, die ich noch anwenden muss. Aber ich muss erst mal die anderen Produkte alle auch dann machen. Wenn die anderen alle sind, dann kann man die gerne benutzen. Aber so viele Sachen, die irgendwie nicht so schnell alle gehen, verstehe ich auch nicht. Viele zeigen mir so viele Produkte, die so schnell alle sind. Bei mir halten die Produkte immer so lange. Ich weiß nicht warum, aber die halten so lange bei mir. Keine Ahnung. Aber ich finde es auch gut, wenn sie lange halten. Warum nicht? Genau. Das ist eine Geburtstagsbox gewesen. Hier steht Geburtstagsbox. Pink Box. So, also mein Fazit jetzt zu den drei Boxen. Ich finde die drei Boxen richtig, richtig toll. Also ich kann jetzt wirklich nicht meckern. Drei verschiedene Boxen habe ich. Einmal die Geburtstag, einmal die mit dem Weltall und eine ganz normale Box habe ich bekommen. Also ich kann nicht meckern. Für 35 Euro drei Boxen kann man wirklich nicht meckern. Ja. Wenn ihr die nachkaufen wollt, ihr könnt die gerne noch nachkaufen. Die gibt es noch. Ich hatte aber keinen Rebattcode, nichts gefunden. Deswegen musste ich die jetzt so bestellen. Aber das ist ja nicht schlimm. Und ich hoffe, das Video hat euch sehr gut gefallen. Und wenn du Fragen hast, dann einfach in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein Video mehr. Ich sage Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.